Kommen wir zum Getriebe. Wir hatten die Primär, wir hatten die Nebenwelle, jetzt kommen wir zum Getriebe. Getriebe ist eine FA Italia Hauptwelle. Hat bisher ihren Job ganz hervorragend gemacht, ist von der Preislastung her sehr günstig, sehr gut. Man kann natürlich auch wie an vielen anderen Stellen da noch mal eine Schippe drauflegen. Da gibt es verschiedenste Ausführungen von verschiedensten Herstellern mit anderen Hauptwellen verstärkt, andere Aufnahme, andere Bremstrommel. An der Stelle lassen wir die Kirche mal im Dorf. Damit habe ich bisher keine Probleme gehabt, wirklich versprochen, Ehrenwort. Kein Stress mit der FA Italia Hauptwelle. Die hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und habe bisher auch keine Schwächen gezeigt, deswegen werde ich die weiterverbrauchen. Preis. So. Nebenwellenachse. BGM. Nebenwellenachse. Preis. Kann man auch eine Original Reaktion nehmen. Aber Gangräder. Gangräder 1 bis 4. BGM. Das sind die Lusso-Gangräder. Preise blende ich hier ein. Gangrad 1 bis 4. In der normalen Ausführung. Also Standard 1, Standard 2, Standard 3, Standard 4. Braucht ihr nichts verkürzen. Habt ihr alles mit der Nebenwelle erledigt. Deswegen könnt ihr hier auf Standardware zurückgreifen. Das heißt, wenn ihr also Lusso-Getriebe habt, was noch in Ordnung ist, müsst ihr natürlich überprüfen. Hätten wir das. So. Was machen wir hier? Das tun wir noch nicht. Ah ja. Am Ende des Tages musst du die Kupplung noch abdecken. Wobei bei der Kingkupplung wünschte ich mir mal tatsächlich eine transparenten Kupplungsdeckel. Das wäre wirklich sehr sexy. Auch wenn das kein Mensch sieht. Aber wenn du mal drunter guckst, dann hast du halt einen schönen Blick. Kupplungsdeckel. Ausgedreht. Der Preis. Solltet ihr haben. Muss nicht unbedingt ausgedreht sein. Je nach Fertigungstoleranzen kommst du tatsächlich mit dem Standarddeckel hin. Dazu der Original Piaggio. Kupplungsarm. Preis. Sollte auch dabei sein. Ich merke schon. Ich müsste jetzt eigentlich den Hebelarm und den Andruckpilz auch noch erwähnen. Da mache ich aber am Ende vom Video einfach Kleinteile oder Kleinscheiß und fast diese ganzen kleinen Teile wie Schräubchen, Nippelchen, Ohrringe, Federchen. Alles was damit zu tun hat. Also der ganze Kleinscheiß, der noch dazu kommt, den ich, von dem ich am Anfang sprach, mit Sicherheit auch was vergessen werde. Den packe ich dann damit zusammen und gebe euch da dann den Überblick. Bremsbeläge müssten natürlich sein. Bremsbeläge, BGM, Preis. Sonst wirst du die Trommel nie zu halten. Ganz wichtig. Wenn du gut schalten willst und ein vernünftiges Getriebe hast, brauchst du eine gute Schaltraste. Und hier haben wir eine verstärkte Schaltraste. Ja, kann ich euch mal zeigen. Das ist eine Lusso Schaltraste. Preis. Hier. Und die ist auch qualitativ sehr hochwertig. Gut gearbeitet. Hier kann man auch sicher sagen, dass der Schaltbolzen bzw. der Schaltarm den Schaltbolzen in die Position schiebt und drückt, wohin gehört. Ja? So. Was haben wir hier? Der Schaltbolzen. Eben sprach ich davon. Der Schaltbolzen. Natürlich auch ein Teil von Datan BGM. Schaltbolzen. Preis. Hier. So. Jetzt sind wir mit den harten Zeilen schon fast durch. Ah ja, kann man noch was sagen. Moment. Der Zylinder muss sich ja auch schön abgedeckt wissen, damit wir die Luft da hinkriegen, wo sie hinkriegen wollen. Das heißt, wir brauchen eine Zylinderhutze. Die muss allerdings modifiziert werden, weil die Zündkerze nicht an der Stelle ist, wo man sie sonst erwartet. Nämlich da. Die rutscht ein bisschen in die Mitte. Das heißt, es muss ein Loch gebohrt werden und das alte Loch muss verschlossen werden, damit du entsprechenden Kühleffekt auf den Rippen hast. Das kommt noch dazu. Jetzt kommt etwas, was ich bei jeder Bestellung, wenn ich einen neuen Motor baue, vergesse. Die Staubschutzplatte. Das ist so ein Teil, da denkst du echt zuallerletzt an, wenn du die Bremsraumel drauf hast, denkst du, ach scheiße, da war da noch was. Also Staubschutzplatte. Ja, der Preis. Solltet ihr tatsächlich auch auf der Agenda haben, was bei eurer Bestellung mit in den Wagen kommen muss. So, jetzt sind wir aber schon fast durch. Fast. Auspuff. Auspuff fiel die Wahl auf die Polini-Box. Der Preis der Polini-Box liegt, glaube ich, bei 139 Euro. Preis blende ich hier ein. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es immer noch 139 ist oder ob er ein bisschen teurer geworden ist. Das verändert sich auch mal ab und an. So, also Polini-Box ist die Wahl des Auspuffes. Wobei wir ein S&S und ein Pipe-Design auf dieser Konfiguration auch noch testen werden. Also das heißt, und natürlich die Posch-Anlagen, die werden wir auch noch testen. Zumindest sind das, was noch da ist. Die Posch-Anlagen, da musste ich schon einige wieder abgeben, leider. Aber das, was noch da ist, werden wir natürlich testen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist Getriebedistanzierung. Getriebedistanzierung, dafür braucht ihr Schulterringe oder Distanzierungsringe. Die könnt ihr im Set bestellen. Den Preis blende ich euch ein. Ganz wichtig, Getriebedistanzierung sollte so ungefähr bei 0,2 liegen. Alles, was drüber raus ist, ist ein bisschen schlapprig. Führt unweigerlich zu einem erhöhten Verschleiß, weil die Scheiben nicht sauber, die Getriebescheiben oder die Gangräder nicht sauber geführt sind. Zu eng, also noch weniger als 0,2. Da wird es ein bisschen schwierig, wenn du dich verschaltest, weil das könnte dir dann unter Umständen den Motor kosten. Würde ich tatsächlich nicht machen. Ich würde maximal und minimal 0,2 anvisieren. Das ist etwas, was sich in der Vergangenheit als sehr, sehr gut erwiesen hat. Die Zündkerze, aber da möchte ich jedem geneigten Vertriebefahrer etwas ans Herz legen, hol die mal raus. Nehmt euch die Zündkerze mit kurzem Isolator. Weil ihr dann, ihr werdet merken, ihr habt sonst an der Backe, je nachdem, was ihr für ein Lopet fahrt, ob Oldie oder Largeframe, PX, whatever, könnte es sein, dass ihr Probleme mit der Backe bekommt und mit dem Zündkerzenstecker. Das baut ja alles nach vorne hin auf. Also da solltet ihr die Kerze mit kurzem Isolator nehmen. Die Kerze ist eine BR9 ECM. Nur so als grobe Richtung. So, Zündkerzenstecker, Preis. So, dann brauchen wir natürlich auch einen Lagersatz. Jetzt gibt es Standardlagersätze, die man kaufen kann. Wobei bei dem Malussegehäuse man mit dem T5 Lager auf der Lichtmaschinenseite arbeiten muss. Und so weiter und so fort. Also Lagersatz, Preis, sollte dazugehören. Wobei ich immer einen ganzen Lagersatz bestelle, weil die Lager, die ich nicht benötige, an diesem Motorblock, benötige ich an anderen Motorenblocken. Zweck, zweck. Das ist alles so zum Beispiel Kategorie Kleinscheiß. Primär, Reparaturset, verstärkte XL-Federn für die Primär. Natürlich, ganz wichtig, Befestigungsset für die Hinterradmutter, Preis. So, hier ist der ganze Kleinscheiß drin zum Beispiel. Federn, Sägeringe, O-Ringe, alles was du brauchst, um die gewissen Teile im Motor zu fixieren zu machen. Nicht vergessen, Malossi-Gehäuse und die anderen Gehäuse, die auf dem Markt sind, das sind alles Ehle-Start-Gehäuse. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr keinen Ehle-Start fahrt, ein Abdeckungsblech hinten für den E-Starter, damit die Luft nicht da hinten rausgeht, sondern zum Zylinder fliegt. Ja, fast zu guter Letzt noch die Bremsnocke. Vergesse ich auch jedes Mal zu bestellen. Jedes Mal, wirklich jedes Mal. Bremsnocke und Bremsarm, Preis. Ganz wichtig. So, dann werden wir schon mit dem ganzen Rotz durch. An der Stelle werde ich den Videoschnitt machen und an der Stelle wird mir bestimmt noch was einfallen. Und das blende ich euch jetzt hier ein. Thema Kleinscheiß. Was kostet noch der ganze kleine Rotz, den du noch brauchst, um den Motor zusammenzubauen? Wie Dichtungspapiere, also sprich Schaltrastendichtung kommt noch dazu. Dann brauchst du auch ein paar Schrauben, brauchst ein bisschen Dirko. All diesen ganzen Scheiß oder etwas wie Dirko. Es muss nicht Dirko sein. Ich nehm zum Beispiel, das kann ich euch mal zeigen, oder? Also bleib mal dran, ich hol das mal an. So, Motorensilikon von der Firma WIRT. Hat sich sowas von bewährt für Kopf- und für Fußdichtung. Ist hitzebeständig, lässt sich super verarbeiten und lässt sich vor allem auch wieder rückstandsfrei entfernen. Brauchst nur ein bisschen Polierwolle und das Thema ist gelutscht. So ein Döschenpreis blende ich euch ein. Müsst ihr aber beim geneigten Wirthändler eures Vertrauens über den Großhandel beziehen. So, damit hätten wir die erste Bestandsaufnahme gemacht. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles angesprochen, was in den Motor reinkommt. Und hoffe ich. Also, wie gesagt, es wird mit Sicherheit irgendwas fehlen. Ist schon nicht ohne, ne? Also der Gesamtpreis aller Teile ist jetzt hier. So, und das ist nur das Material. Dann hat dir den Motor noch keiner gebaut. Wenn du Freunde und Bekannte hast, die dir den Motor bauen können, dann wird das Ganze natürlich deutlich günstiger, als wenn du in eine Fachwerkstatt gehst. Da allerdings arbeiten Menschen, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, sehr viel Können haben. Gerade was das Tuning anbelangt, da gibt es viele, viele Werkstätten in Deutschland, die sich auch an diesem Thema annehmen. Die sind natürlich vom Preis her etwas höher angesiedelt, als da gucken wir nebenan in der Garage. Aber die Jungs wissen halt, was sie tun. Und da habt ihr halt den Vorteil, dass ihr vielleicht auch noch Garantie habt, bis zu einem gewissen Punkt. Weil, Teilegarantie vielleicht, aber aufs Gesamtkonzept ist es halt ein Tuning-Motor, da ist es halt mit Garantie eher mau. Also da weißt du, wenn du dir so einen Motor bauen lässt, das kann halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Tja, dann ist das aber so. Gut, wer mit den großen Hunden pissen gehen will, muss er das Bein hochkriegen, sage ich immer. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick. Ihr wisst jetzt, wo ihr den Motor drin erwarten könnt, nämlich in der hübschen. Steilbrauen, mattgrauen, whatever grau. Wir gucken mal, der alte Motor, der da drin ist, der fliegt raus. Das ist ein alter 221-mal aus dem MHR, der fliegt raus. Und dann werden wir dem Ganzen mal hier ein neues Leben einhauchen. Und das wird sehr spannend. Ich nehme euch auf die Reise mit. Das war der erste Teil. Kosten. Der unangenehmste Teil macht man immer zuerst, das tut es nur einmal weh. Danach wird es, glaube ich, nur noch schöner. Ja, das war es. Jetzt ist auch die Tonqualität wieder besser. Ich habe eben zum Besprechen vom Gehäuse das Mikrofon ein bisschen gedreht. Und nicht damit gerechnet, dass das Mikrofon so empfindlich ist auf die Ausrichtung zur Person. Ich habe gedacht, das könnte ein bisschen mehr ab. Na gut, ich habe versucht, im Schnitt den Ton ein bisschen hochzufahren, damit ihr das auch verstehen könnt. Also, meine Fresse ist das teuer, würde ich sagen, oder? Ja, ist teuer, mein lieber Mann. Ihr habt jetzt so weitgehend alles gesehen, was ich verbauen wollen werde, müssen, können, darf. Also, Materialspektakel. Ihr seht, der Spaß kostet echt viel Geld. Was man dafür bekommt, ist allerdings auch eine Vespa, so wie man sie sich eigentlich immer gewünscht hat. Druckvoll, erhaben in jeder Situation. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du nicht an dem LKW vorbeikommst. Ganz im Gegenteil, musst eher aufpassen, dass du es nicht übertreibst. Denn ja, man müsste es leider sagen, unsere Vespas sind für Geschwindigkeiten jenseits der 130 nur sehr bedingt ausgelegt. Wer so einen Motor verbaut, muss zwingend eine Scheibenbremse fahren. Alles andere wäre geplanter Suizid. Ich rate jedem davon ab, das bleiben zu lassen mit einer Trommel vorne. Du kriegst den Eimer einfach nicht zum Stehen, so wie du es vielleicht müsstest. Der Roller fährt sich einfach sensationell. Also, ich bin ein großer Fan von diesem Motorkonzept. Ich bin ein großer Fan von diesem Zylinder. Ja, ich weiß, das ist scheiße teuer. Sagen wir es, wie es ist. Aber du bekommst halt auch wirklich, wie soll ich sagen, das Beste für die 200er Klasse, was es im Moment mit Geld zu kaufen gibt. Und der Fahrspaß wird es dir wieder geben. Du kannst ganz bequem im dritten Gang mit 60 durch die Stadt rollern. Dann verbraucht der Eimer auch wirklich wenig. Mit dem 35er Mikuni sollte man nicht meinen, dass das ein Spritgrab ist, sondern der verbraucht tatsächlich relativ wenig. Also, ihr könnt, wenn ihr ganz gemächlich fahrt, früh schaltet, die Drehzahl im Keller haltet, kommt ihr mit 4, 4,5 Liter wirklich knappe 100 Kilometer weit. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Wenn ihr natürlich ein bisschen mit der rechten Hand entzündungsbedingt immer die Ausrichtung nach hinten sucht, dann wird es auch gerne mal 7 bis 10 Liter auf der 100. Aber der Fahrspaß ist euch natürlich dann auch sicher. Wer noch nie einen Motor jenseits von 30, 35 PS gefahren hat und sich für so etwas entscheidet und noch nicht weiß, was dann auf dem Roller passiert, dem möchte ich wirklich ans Herz legen. Macht langsam und gewöhnt euch langsam an die Gewalt. So wie man das Vespa-Fahren kennt, drauf, Gashahn aufgeklappt, Kupplung kommen lassen und immer nur 0 und 1, also digitales Fahren, Gashahn zu, Gashahn auf, das ist bei dem Motor nicht. Hier gibst du so Gas, wie du beschleunigen willst, denn sonst stellt sich das Vorderrad auf und du siehst ziemlich dämlich aus, wenn du dann auf einmal hinter deinem Roller herrennst, wenn er dann alleine weiterfährt. Ich kann euch nur den guten Rat geben, wer Bock auf sowas hat, es lohnt sich, aber tastet euch da langsam ran. Ihr werdet sonst unter Umständen das ein oder andere blöde Grinsen ernten, wenn ihr ein bisschen zu hektisch auf dem Gashahn dreht. Aber das macht ja auch den Reiz aus und das macht auch den Spaß aus. Ob das in welcher Form eintragungsfähig ist, das müsst ihr mit dem örtlichen TÜV-Beamten eures Vertrauens besprechen. Ja, dann war es. Ich glaube, wir sind rund. Ich glaube, wir sind gewappnet für die nächste Reihe. Ich werde euch jetzt, was den Bau anbelangt, ein bisschen mitnehmen und wenn hier und da mal ein paar coole Stationen auffallen oder wir ein paar coole Stationen erreichen, dann werde ich euch dazu holen und werde euch was zeigen und was erklären. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst den ein oder anderen Daumen da, wohlwollende Kommentar ist auch sehr gern gesehen und ein Abo nicht vergessen, weil dann kriegt ihr Bescheid, wenn ich mal wieder was veranstaltet habe. In diesem Sinne, tschüss. Video.